So, das sind wir wieder. Lola, was hast du dazu erzählt? Ja, wie es so meine Art ist, hänge ich mich da einfach mal in fremde Angelegenheiten rein. Neurik ist nicht hier, oder was? Nein, Neurik ist nicht hier. Okay. Neurik, ähm, wir haben hier den Tür-Tempel, da dürfte Neurik drin sein, oder könnte zumindest drin sein, aber links hier neben haben wir die Söldner-Einklave. Da kam ich gerade, glaube ich, raus. Lass uns mal die Straße ein bisschen vorangehen. Aringens Unterkunft. Äh, wollen wir da rein? Eigentlich nicht. Gehen wir zum Tür-Tempel. So, Neurik, natürlich. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Selena. Ich bin es, Neurik. Erinnert ihr euch an mich? Ich habe in Türs Tempel in Letzthafen gedient, bis Aringent mich bat, diesen Tempel hier in Beorunas Brunnen zu führen. Ich erinnere mich, Neurik. Schön, euch wiederzusehen. Ich bin überrascht, dass ihr euch an mich erinnert, Selena. Obwohl ihr euch über so vieles Gedanken machen müsst, der Kult von Luskan und Aribest verrat. Vermutlich würden einige Leute dabei ihren eigenen Namen vergessen. Um ehrlich zu sein, ich habe euch die große Heldin, die Winters, zuerst nicht erkannt. Bitte? Ich kämpfe mit einem Problem, das mir keine Ruhe lässt. Ich benötige Heilung. Ja, ihr braucht eigentlich nicht. Obwohl das ganz gut so passen würde zum egoistischen Charakter von Selena. Ich würde gerne Vorräte kaufen. Ja, aber komm, lass uns mal zum Problem kommen. Vielleicht gibt es mir dann bessere Preise. Vielleicht könnt ihr euch bei eurem Problem helfen. Ich weiß nicht, es handelt sich um eine äußerst delikate Angelegenheit. Rolgan, ein Stammskrieger der Utgard, hat einen Soldaten des Grafenbündnisses getötet. Er behauptet, er hätte in Selbstverteidigung gehandelt. Ich habe ihn hier Unterstupf gewehrt, um ihn vor dem Zorn des Freundes des Soldaten zu schützen. Aber Rolgan kann nicht ewig im Tempel bleiben. Ich versuche eine gerechte Verhandlung für den jungen Mann zu organisieren, aber seine Freunde bei den Utgard wissen nichts über unser Rechtssystem und keiner der Männer des Grafenbündnisses möchte bei der Verhandlung verteidigen. Vielleicht könnte ich den Krieger mit der Utgard verteidigen. Einfach so, um einen guten Ruf zu machen. Ich wäre bereit, den Utgardkrieger zu verteidigen, wenn die Bezahlung stimmt. Ja, genau. Jene, die der Gerechtigkeit dienen, werden belohnt werden. Wenn nicht von Tyr persönlich, so doch von dem Priester des Gottes der Gerechtigkeit. Wenn ihr eine vernünftige Verteidigung auf die Beine stellt, werde ich dafür sorgen, dass man euch entsprechend entschädigt. Ich habe die Sache sorgfältig abgewogen und die Geschworenen bestimmt. Zwei von ihnen vertreten die Interessen des Utgards. Zwei vertreten die Söldner. Und der fünfte Geschworene ist mein eigener Gakulyt, Edegar. Meiner Meinung nach ist das die einzige Möglichkeit für ein faires Verfahren. Wenn ihr euch bereit erklärt, euch die Angelegenheit anzunehmen, erkläre ich euch die Details oder kann ich euch sonst irgendwie behilflich sein. Ja, komm, ich werde es tun. Warum nicht? Nehmt dieses Tagebuch. Ich habe alles Wichtige über die Geschworenen und die Zeugen aufgeschrieben, sowie Informationen über den Fall und Gerichtsverfahren. Ihr seid jetzt eine offizielle Beauftragte Türs. Führt diese Aufzeichnung stets bei euch und schreibt alles nieder, was ihr über den Fall herausfindet. Ich will meine Aufzeichnung kurz zusammenfassen. Die Geschworenen sind ein Söldner namens Avrik, den haben wir schon mal gesehen, eine Waldläuferin namens Dalsia, ein Soldat namens Jevon, eine weise Frau der Utgard namens Palla und natürlich mein Akolyt, Edegar. Ihr könnt mit allen Geschworenen sprechen, bevor die Gerichtsverhandlung beginnt. Das ist eine übliche Vorgangsgehensweise in solchen Angelegenheiten. Die Waldläuferin und Palla halten sich im Lager der Utgard auf. Die anderen Geschworenen findet ihr hier in den Gebäuden, in denen die Männer des Grafenbildes das Unterkunft bezogen haben. Ähm, warte mal... Die Waldläuferin und Palla halten sich im Lager auf. Okay, der Utgard... Ja, okay. Und wie sieht es mit Zeugen aus? Der Ankläger hat mich darüber hinverrichtet, dass es zwei Söldner in den Zeugenstand... Das heißt, zwei Söldner in den Zeugenstand berufen wird. Die Zeugen der Geschehnisse waren... Sie heißen Zet und Loda. Ach, guck mal. Er wird auch Wanda, die Frau des Angeklagten, befragen. Ich schlage euch vor, ihr sprecht mit diesen Leuten, bevor die Gerichtsverhandlung beginnt, damit ihr möglichst viele Beweise sammelt. Dann ist da natürlich auch noch Rolgan, der Angeklagte. Er muss nicht aussagen, wenn ihr ihn jedoch nur aufruft, damit er seine Taten verteidigt. Kann er auch vom Ankläger befragt werden. Er hält sich in der hinteren Räumlichkeit des Tempels auf, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Ah ja, ich werde meine Versuchung gleich beginnen. Rolga verlässt sich auf euch. Ihr müsst die Wahrheit bei diesen Verfahren als Tageslicht bringen. Sobald ihr alle Beweise gesammelt habt, kommt zu mir und wir können anfangen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Selena? Ja, ich möchte mal sehen, ob ihr Vorrede habt. Das finde ich ein sehr interessantes... ...ähhm... ...ein sehr interessantes Quest, muss ich sagen. Ich finde solche Rollenspielenquests... ...und in Rollenspielen finde ich sehr angenehm. Es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber die meisten Rollenspielquests haben irgendwie damit zu tun, dass man irgendjemanden tötet oder irgendwas kaputt macht. Aber dieses Mal ist es wirklich so, dass man mal richtig schön... ...ähm... ...ja, Rollenspielen muss. Man muss mit Leuten sprechen. Man muss die Wahrheit herausfinden. Nichts mit Töten, nichts mit... ...ja gut, nur Eintöten vielleicht schon, aber das finde ich mal ganz geil. Ich überlege tatsächlich gerade, ob ich diese Quest auf das nächste Wochenende verschiebe, weil ich davon ausgehen kann, dass das nicht nur eine Episode lang gehen wird, weil ich wahrscheinlich eine ganze Menge Leute muss befragen. Und ähm... ...ich würde jetzt... ...anderfalls nämlich damit beginnen und würde jetzt das nächste... ...die Hälfte davon nächstes Wochenende später vergessen haben, wenn ich nächsten Aufnahmestart oder in der Woche so ein bisschen. Äh... ...das möchte ich offen gestanden sehr ungern tun. Deswegen werde ich diese Quest erstmal außen liegen lassen und mich eher um die Schneekugel kümmern. Ähm... ...eins nach dem anderen also. Ich hoffe, er wird dann zwischendurch umgebracht, der gute Mann. Stiefel der Sonnensinn plus 3, was habe ich denn eigentlich? Stiefel der Zähigkeit plus 2, vielleicht finde ich ja Stiefel der Zähigkeit plus 3 oder sowas. Laufstiefel... ...Gargülenstiefel... Ach... ...kosten 44.000, vielleicht sollte ich doch ein paar eigene machen. Bringt Steinhaut, kann man benutzen, Rüstungsbonus plus 2, verbessert Reitungswürfel, Zähigkeit plus 3. Das ist schon ziemlich geil, vielleicht mache ich mir nochmal eigene. Siebenmeilenstiefel. Besondere Eigenschaften hasst du die ganze Zeit, man läuft also schneller. Cool. Handschuhe der Gelben Rose plus 3, das heißt, man bekommt einen automatischen Elektrizitätsschaden plus 3. Findet ihr, ich verkauf schon einigen netten Kram hier unten. Kriegstichertsarmstiefel plus 2, Rüstungsarmstiefel plus 2, was hast du denn in der zweiten? Seite. Verbesserte Robe des Alten Ordens. Was auch immer die Mönche des alten Ordens für Beweggründe hatten, es kann kein Zweifel darin bestehen, dass sie leidenschaftliche Anhänger einer defensiven Haltung waren. Gerüchten zufolge erlangten die Meister des Ordens ihren Rang, indem sie sich von einem Ogre verprügeln ließen, ohne dabei auch nur mit der Wimper zu zucken. Ob dies nun der Wahrheit entspricht oder nicht, der Orden stellt diese Roben her, um seine Klöster zu finanzieren. Sie sind für alle jene Mönche unentbehrlich, die an vorderster Front kämpfen und es mit Feinden aufnehmen wollen, die eine Rüstung tragen. Rüstungsklasse 0, aber was bringt es? Rüstungsbonus plus 2, okay, Schadensreduzierung plus 1, 5 Schadenspunkte absorbieren, ganz angenehm. Was ist das? Baldurans Rüstung. Niemand weiß genau, was aus Balduran, dem Gründer von Baldurs Tor, wurde, doch es wird viel spekuliert. Als eine Rüstung an der Schwertküste gefunden wurde, angeblich von einer Abenteurergruppe, die die Rüstung später verkaufte, steht das öffentliche Interesse an ihm nur. Punkt. Einige Kopien der Rüstung wurden gefertigt, um alle Sammler und Gelehrten zufriedenstellen zu können. Auf diesem Wege hat Balduran wohl ein Stück Unsterblichkeit erlangt. Ich könnte mir echt vorstellen, dass ich die Rüstung, also dass man das Finden von Baldurans Rüstung möglicherweise in Baldurs Gate 1 oder 2 irgendwie als Quest hat, oder man hat es einfach so gefunden, das fände ich ganz geil. Er starbte alles aus derselben Schmied hier so ein bisschen. Also zumindest aus der selben Welt, soweit ich weiß. Rüstungsklasse 7, Alter Schwede. Besondere Eigenschaften. Regeneration plus 1, Rüstungsbonus plus 2. Verbesserungsbonus Karser plus 3. Ist natürlich für uns absurd, weil Zauberpasser 40% und wir können nicht mit schweren Rüstungen umgehen. Das kostet ja Spaß. 101.000. Das ist, ja, okay. Befestigungsumhang plus 2, Befestigungsumhang plus 3. Gibt mir plus 3 Ablenksmodifikate und verbesserte Rettungswürfe plus 3. Das ist ganz schön geil. Ich überlege gerade erst, ob ich meinen Stahlumhang wegpacke. Feuerresistenz 10 und Elektrizitätsresistenz 10. Ich glaube, ich werde mal dieses Ding hier kaufen. 76.000 Gold, das muss mir auch mal wert sein, solche Dinge. Was haben wir denn hier noch? Bänderpanzer, Schienenpanzer, Plattenpanzer, Plattenpanzer und Robe des Dunklen Mondes. Ist wahrscheinlich nicht nur Benutzer von Mönch, genau. Ich lese das mal jetzt nicht durch. Ich muss auch nicht ganz so viele Dinge jetzt mal durchlesen. Eins nach dem anderen. Vielleicht später mal, wenn ich mich daran erinnere. Irgendwelche Schriftrollen habe ich eigentlich noch nie irgendwas gekauft. Irgendwelche Amulette. Kupferhaltskette, super. Ring der Macht kaufen für 193.000. Das Geld habe ich nämlich gerade gleich mehr. Münzeriel Lostbone war ein mächtiger Priester Malaris, der besonderen Gefallen an blutigen Schlägereien oder Schlachten fand. Aber der Meinung war, dass solche Kämpfe immer viel zu schnell vorbei waren. Münzeriel studierte die regenerative Eigenschaften der Trolle und gelangt zu der Überzeugung, dass ein Kampf zwischen Kriegern, die sich regenerieren, viel mehr unterhaltenswert besitzen würde, als ein normaler Kampf. Deshalb gab er die Herstellung einer großen Zahl der mächtigen Krieger in Auftrag. Als sie fertig waren, verteilte er sie an besonders kampflüstige Krieger, in der Regel auf beiden Seiten des Schlachtfelds. Regeneration plus eins, Schadensresistenz, Elektrizität für Alter ist der geil, der Ring. Gegen Feuer, Kälte und Elektrizität ist 15, aber er kostet eben auch 190.000, oder was das war, also praktisch mein gesamtes Geld, was ich eben noch gehabt hätte. Okay, Ring der Willenskraft plus drei, in Ordnung, Schutzring plus zwei, Geleertenregen und diverse andere Dinge. Amulett des Meisters, 86.000, guck ich nochmal rein. Ähm, Feierlichkeitsbonus, Falle erschaffen plus sechs, Waffen, äh, Sankunde plus sechs, Schlösser öffnen, Suche und überreden plus sechs. Und Zauberresistenz 16. Das ist schon, das ist schon sehr angenehm. Das heißt, der Ring ist besser als dieser Ring. Äh, das war ein Amulett, nicht wahr? Amulett des Meisters. Ach, verdammter Mist. Na gut. Ja, es gibt auch viele andere coole Dinge, die ich hier kaufen kann, aber, ähm, ich will mich jetzt nicht großartig aufhalten damit. So, hier komme ich immer wieder raus, Sergon ist auch da, das ist ganz fantastisch. Ich gehe erstmal wieder ganz hier raus und werde erstmal ganz strikt einfach versuchen, nach dieser Schneekugel zu suchen. Wir sollten in den Norden gehen, wurde mir gesagt. Dann werden wir es auch einfach mal machen. Der Norden ist hier drüben zum Kalten Wald. Wir müssen noch ein bisschen Erfahrung sammeln, also von daher, auf geht es. Bestimmt werden wir noch andere Nebenquests hier erhalten. Komm, sprecht mit mir. Wer bist denn du? Ja, komm, dann spreche ich halt mit dir. Ach ne, komm, du sprichst doch eh nur über die Utgard da oben. Das ist mir alles gerade egal. Ich. Gehe stur voran. Und darfst dich ja nicht ablenken lassen. Das ist immer ein großes, großes Problem bei Rollenspielen. Man lässt sich einfach viel zu leicht ablenken und ich möchte immer die ganze Welt erkunden und ergründen. Von daher muss ich immer aufpassen, dass ich mir da nicht irgendwie ins kleinste Detail immer gerate. Ein Schild. Schild zu Beoronas Brunnen. Ach ja, okay. Wer bist du denn? Delvar Vanatar. Der mit uns reden muss offenbar. Ja? Hallo? Oh, ich kenne ich doch. Ihr seid Selina Bergwacht, richtig? Oh, schön, dass du von mir gehört hast. Ihr seid jener Bardin, die für Arim Gent arbeitet, richtig? Oder kennt ihr meinen Namen? Stimmt genau, ich bin Selina Bergwacht und wer seid ihr? Mein Name ist Delvar. Ich bin ein Kundschafter, der für Arim Gent arbeitet. Bevor er mich losschickte, teilte er mir mit, dass Selina Bergwacht die Heldin, die nie Winter vor der Pest rettete, nun für ihn arbeite. Er sagte, ich solle nach euch Ausschau halten, obwohl ich zugeben muss, dass euch seine Beschreibung nicht ganz gerecht wird, meine Dame. Ihr seid viel hübscher, als er euch beschrieb. Genug der Schweichelei, ich habe einiges zu erledigen. Ach nein, genug Schweichelei brauchen wir, können wir niemals genug haben. Ähm... Ihr seid... Genau, ihr selbst seid auch nicht übel, Delvar. Ich würde ja wahnsinnig gerne weiter Komplimente austauschen mit einer so feinen Dame wie euch, Selina. Doch dies wäre die Zeit, noch der Ort für solche Dinge. Vor einiger Zeit schickte Arim Gent mich los, den Kalten Wald auszukundschaften. Er dachte, es könnte euch bei einem Auftrag von Nutzen sein, vorab einige Informationen zu erhalten. Dies ist der einzige Weg in den Kalten Wald. Äh... Daher habe ich hier ein kleines Lager errichtet, um auf euch zu warten. Oder auf die anderen, die in Ariens Diensten stehen. Nur so konnte ich sicher sein, dass ihr die Informationen erhalten würdet. Habt ihr irgendetwas herausgefunden über die Worte der Macht? Ich fürchte, ich habe nichts über die Worte der Macht selbst herausgefunden. Sonst hätte ich Arim unverzüglich Bericht erstattet. Allerdings habe ich ein paar räuberische Orks aufgestöbert. Musste mich ganz schön vorsehen, dass sie mich nicht auf die Stiche kamen. Außerdem bin ich im Wald beinahe über ein seltsames Portal gestolpert. Erzähl mir von dem magischen Portal. Ich war gerade auf der Erkundung, da kam ich auf eine Lichtung voller schimmernder Säulen und tanzender Lichter. Es war nicht gerade das, was sich am Wasser mitten im Wald erwartet. Ich weiß nicht allzu viel über Magie, aber ich bin Spurensucher und verstehe mich auf Pfade und versteckte Durchgänge. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Säulen einen magischen Eingang zum Turm eines Magiers oder zum Labor eines Magus markieren. Mir war nichts bekannt von einem bestimmten Magier, der im kalten Wald residiert. Also denke ich, das Portal führt an einem Ort, der seit langem nicht genutzt wurde. Ihr seid also nicht durch das Portal gegangen? Ich bin nur ein Kundschafter, Selena. Von mächtiger Magie, die ich nicht verstehe, lasse ich schon schön die Finger. So etwas überlasse ich lieber eine Heldin wie euch. Um ehrlich zu sein, ich bezweifle ohnehin, dass ich durchgekommen wäre. Für gewöhnlich braucht man eine Art Passwort, einen Schutzstein oder eine Schriftrolle, um so ein Portal zu aktivieren. Okay, wo finde ich denn dieses Portal? Das ist das Merkwürdige, Selena. Ich betrachte mich als hervorragenden Spurensucher, ich verirre mich nie. Doch ich könnte euch beim besten Willen nicht mehr sagen, wo ich über das Portal gestolpert bin. Ich muss irgendeinen Zauber ausgelöst haben, der meinen Orientierungssinn gestört hat. Vielleicht war da eine Art magischer Schutz und er verhindert hat, dass ich mich erinnere, wo der Eingang versteckt liegt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass dieser Schutzzauber meist nur einmal wirksam sind. Sollt ihr diese Lichtung mit den leuchtenden Säulen finden, braucht ihr vermutlich nicht zu befürchten, dass euch das Gleiche passiert? Ähm, okay, erzähl mir nochmal mal von den Orgräubern. Vor ein paar Nächten hörte ich das Trampeln von Füßen im Unterholz. Ich habe mich schnell hinter den Bäumen versteckt. Schließlich bin ich Kundschafter. Kein Kämpfer. Wie sich herausstellte, waren es ein paar Orks, die da herumtrapsten und meckerten, dass sie die Patrouille schieben mussten. Ich natürlich nichts. Wiederher! Ich folgte ihnen eine Weile, aber sie führten mich nicht zu ihrem Lager. Aus dem, was sie sagten, schließe ich, dass ihr Lager irgendwo hier im Kalten Wald sein muss. Und weiter? Nun, wenn euch das weiterhilft, ich habe herausbekommen, dass ihr Anführer ein Ork namens Vard ist. Und es klang fast, als planten sie einen Überfall auf die Versorgungslinie des Grafenbündnisses, obwohl es ein recht mutiges Vorhaben scheint für eine Räuberbande. Ich fürchte, ich kann euch nicht weiter berichten über diese Ork-Räuber. Gibt es sonst noch etwas, das ihr wissen möchtet, Selena? Ja, nö, danke. Ich möchte jetzt etwas anderes fragen. Was gibt es noch zu? Ich weiß nicht recht, was ich sonst noch erzählen kann, Selena. Außer dem, was ich über die Ork-Räuber und das magische Portal weiß. Ähm... Vielleicht könnt ihr bei meiner Aufgabe hilflich sein? Ich bin ein Kundschafter. Zum Kämpfen tauge ich ein wenig. Äh, tauge ich wenig, Entschuldigung. Deshalb hat Ari mich herausgeschickt, um Informationen zu sammeln. Ari weiß ziemlich genau, wozu seine Leute imstande sind. Hätte er gewünscht, dass ich euch begleite, hätte er es mir gesagt. Um die Wahrheit zu sagen, vermutlich wusste er, dass ich euch eher schaden als nutzen würde. Was immer ihr als nächstes tut, ich bleibe einfach hier in meinem Lager. Ich muss dafür sorgen, dass all die anderen, die für Gent arbeiten, diese Information erhalten, bevor sie in den Kalten Wald gehen. Ja, dann werde ich jetzt mal gehen, was? Wie ihr wünscht, ich werde hier bleiben, wie Ari befohlen hat. Solltet ihr Fragen über meine Erkundungen im Kalten Wald haben, sprecht mich gerne wieder an. Das werde ich tun, habe ich aber vorerst nicht. So, ein Orkschamane. Absolut mühelos. Da fliegt mir schon einiges entgegen aus diesen komischen Nebel hier hinten. Ein Feuerbogenschütze in einem Wald, ist ja doch verrückt. Ja, aber ist kein Problem, der wird sich doch schon darum kümmern. Ihr werdet euch alles darum kümmern. Ich gucke jetzt kurz mal hier, was hier eigentlich für eine Leiche rumliegt. Mit weit angespiegten Leiche. Einmal adlerhafte Pracht. Kann ich nicht nehmen? Doch, kann ich nehmen. Ist da noch wer, da ist noch ein... Ach, ein Feuerbogenschütze noch. Und tot ist er. Wir haben etwas Geld dazu. Ich wollte den anderen Umhang mal kurz anziehen. Ein schwarzer Umhang, das passt aber bestimmt ganz gut. Obwohl der Umhang jetzt ziemlich geil aussieht natürlich. Ah, ja. Gut. Ich meine, so wie auf dem Bild, muss ich fairerweise sagen, aber im Geschäft sah es besser aus, nicht wahr? Also was haben wir hier? Einen großen Behälter nicht identifiziert. Wunderbar. Wie viel gibst du mir? 40% ist besser als nichts. Vielen Dank. Äh, was haben wir denn noch so? Hier scheint es tatsächlich nur einen Weg zu geben. Der offenbar von Orcs gut gestützt ist. So, ich mach... Ich sing euch gleich mal ein wundervolles Liedchen. Wundervoll. Und ich sing auch meinen Freunden ein kleines Liedchen. Während sie sich hier durch die Orcs prügeln. Wunderbar. Überreste. Etwas Gold. Etwas Heiltaschen. Plus eins. Okay. Habe ich das letzte Mal die letzte Heiltasche benutzt? Ich hab bestimmt noch keine fünf Heiltaschen in diesem Spiel benutzt. So. Wirst du was... Versuchen wir mal außen zu bleiben? Nein. Lass uns mal hier auf die andere Seite gleich gehen. Ich höre das Tozen eines Wasserfalls. Und da ist der auch schon. So. Was ist das denn hier? Eine weitere Leiche. Vielleicht haben wir einfach Leichenfolgen. Weißheit der Eule. Okay. Ein Orkscher Bogenschütz. Ach, hier ist das Lager wahrscheinlich. Hallo Kundschafter. Na, hast du schon was gesehen? Ich mache hier mal die Tür auf. Beziehungsweise ich reiße das Tor ein. Das tritt vielleicht eher. Hallo. Welter Schamane. Na. Direkt mal tot. Sehr schön. Und ich schieße mal den Typen da ab. Und der ist auch gleich mal tot. Schön, dass man Orcs so schön niederprügeln kann. Irgendwann was dabei gehabt. Und hier haben wir direkt eine Höhle. Geht es vielleicht hier rein. Ins Orcsche Nest. Einmal Bier. Okay. Lass uns da gleich mal unverhofft reinlaufen. Die kann man nicht. Ach, hier war keine Höhle. Okay. Sah so aus. Überreste. Einmal Grünstein. Und da war noch einer. Hallo. Das ist doch viel zu einfach. Der Aschkelle Fürst soll ich holen. Oh, schwer verwundet. Mit einem einzigen Schuss. Schön, dass ich sowas noch mal erleben darf. Etwas Geld. Ich freue mich übrigens mal wieder in einem Wald zu sein. Und nicht immer die ganze Zeit irgendwelche Katakomben zu stiefeln. Einen Beutesack mit einem kritischen Heiltrank. Okay. Noch irgendwas? Nein. Warum wart ihr hier? Ach, da ist Wart. Okay. Jetzt sehe ich kurz mein Lidchen. Wart umbringen. Der ist sehr schwierig. Okay. Du nicht ganz so schlau. Hm. Einfach marschieren im Lager von großen Wart. Guck mal. Ich hätte schon ein bisschen T-Buffen, mein lieber Freund. Grimikweißer ist schwer verletzt. Das ist mein Problem. Warte mal. Ich kann dich grad nicht teilen. Das ist schlecht. Alter Schwede. Der Grimikweißer ist ja niedergehauen. Das ist mal ne Ansage. Wieso schieße ich eigentlich nicht? Jetzt schieße ich. Geh doch. Mein Spiel ist auch schon schwer verwundet. Schieß, du Narr. Schieß. Okay. Dem Tode Narr ist. Kriegen wir doch wahrscheinlich irgendwie hin, oder? Stopp. Kann man irgendwie Hass auf mich selbst zaubern? Sehr gut. Kann ich mir ein bisschen abhauen, während ich auf dich schieße? Lalalala. Schieß. Krischer Treffer. Er ergibt sich. Wie nett. Kann ich die Zeit nutzen, um mich kurz zurück in Riebel eine neue Spinne herbeizurufen, falls er sich doch nicht ergibt? Hoffen wir nicht. Na gut. Ihr wart nicht töten. Ihr lassen Wart leben. Wer seid ihr? Warum habt ihr mich angegriffen? Ihr nennt mir nur einen einzigen Grund, warum ich euch nicht leben lassen sollte. Ich gebe Gold, wenn Wart nicht töten. 500 Gold verlassen Wart leben. Äh. Äh. Ja. Ich denke, ich werde euch trosten und töten. Eure Habsinnigkeiten schnappen. Dann nicht gehen drauf im Kampf. Das mag vielleicht sein. Aber. Vielleicht sollte ich doch. Haha. Nicht unbedingt selber sterben dabei. Gut. Ich lade das Ganze nochmal kurz. Obwohl ich auch neu einsteigen könnte. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Weil da habe ich jedes Mal irgendeinen Erfahrungsverlust. Äh. Und den. Kann ich mir aufgestanden nicht leisten. Gut. Warte mal. Ich würde ehrlich gesagt ganz gerne. Mich vorher mal regenerieren. Obwohl. Ne. Das kriegen wir auch so hin. Das kriegen wir alles so hin. Wir werden ein kleines. Liedchen singen. Dann schießen wir auf dich. Warte. Warte mal. Ich werde erstmal kurz versuchen dich zu. Ärgern. Okay. Heilen kann ich dich leider nicht. Wir müssen versuchen dir so viel Schaden möglich zu zu. Hallo. Schieß doch mal auf diesen Typen. Dankeschön. Kritscher Treffer. Sehr schön. Okay. Er ist schwer verwundet. Kann ich es schaffen dir vorhin noch was anderes? Brennende Hände. Äh. Ultrasicht. Tensis Umwandlung. Nein. Tote beleben. Monster beizaubern. Stufe 5. Vielleicht gleich. Finger des Todes. Das ist doch keine schlechte Idee. Komm lass dich mal anpieken. Okay. Er gibt sich. Und der Grimmigbeißer lebt noch. Sehr schön. Nimm doch kurz mal einen Trank. Grimmigbeißer. Vielleicht noch einen. Vielleicht noch einen. Sehr schön. Dann werde ich das Lied kurz regenerieren. Und das Ganze wie eben nicht war. Ähm. Ich habe nur einen Grund, worauf ich das leben lassen soll. Nein, ich würde euch trotzdem liegen. Vielen Dank. Okay. Wahrscheinlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben noch mal Informationen aus dem rauszuholen. Aber ganz ehrlich. Voila. Das ist jetzt gar nicht meine Absicht. Ich werde es immer so rausfinden was ich rauszufinden lohnt. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Dolch. Ganz toll. Und ein. Einmal da. Äh. Klarheit. Okay. Etwas Geld. Hast du vielleicht ein bisschen mehr dabei? Hast du auch 500 Gold gehabt? Hast du nicht. Aber dein Kopf ist da. Das ist auch nicht schlecht. So. Köpfchen dabei. Ich weiß vielleicht ja irgendwann die diesen Kopf geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber in diesem Spiel sammle ich ja offenbar Köpfe. So. Ich speichere nochmal. Kann ich hier regenerieren? Ach jetzt kann ich regenerieren? Sehr sehr schön. Oder rasten wie es so schön heißt. Oder auch nicht. Nochmal das Ganze bitte. So. Kurz gespeichert. Und wir gehen direkt weiter. Nachdem wir uns eben durch die ganzen Orks durchgeschnetzelt haben. Ah. Okay. Wir haben doch bestimmt hier einige fallen. Ja. Das ist also eure Schatzkammer. Das ist so sicher wie der Tod. Einmal aufmachen bitte. Vielen Dank. Das gilt übrigens auch für dieses Ding. Das ist so sicher wie der Tod. Die Sache ist erledigt. Ich finde eine Fackel und eine leichte Armbrust plus zwei. Das ist doch nett. Die Fackel nehme ich jetzt nicht unbedingt mit. Das Geld dafür aber. Den Silberring nehme ich auch. Und den kritischen Heiltrank. Warum eigentlich nicht. Man hat übrigens schon gesehen. Dass die schwachen. Äh. Die schweren Heiltränke nicht mehr so unglaublich viel bringen. Bei Gröning Beißer. Der hat schon wahrscheinlich so viele Trefferpunkte. 113. Ich selber 75. Deswegen bringt es bei mir noch ein bisschen mehr. Okay. Das dürfte alles gewesen sein. Oder was? Der oben liegt eins auf dem. Auf der Wurzel. Ein Säckchen. Kann ich gerade sagen. Habe ich nämlich noch nicht angeguckt. 65 Gold. Vielen Dank. So. Wir haben jetzt also schon ein Großteil des Waldes erkundet. Im Prinzip müssen wir noch dieses Eckchen da unten erkunden. Machen wir eh, wenn wir schon da unten sind. Also schon in die Richtung gehen. Kann man gleich mal da hingucken. Und danach begeben wir uns mal einmal hier übers Wasser rüber. Und schauen uns mal an, was sich da so als ergeben. Auch mal hier ist. Nichts Spectakuläres wahrscheinlich. Ne. Wirklich nicht. Ein wenig Abgrund. Nicht weiter wichtig. So. Wir speichern das Ganze mal. Und gehen einmal hier rüber. Wir müssten doch theoretisch einmal hier rüber kommen, oder? Also wir werden nicht mitgerissen von der Strömung oder so. Aber Abgrund auch lange laufen. Was kostet die Welt? Komm. YOLO. Das ist die Definition von YOLO. Ein doppelter Wasserfall. Das ist immer interessant. Ein dreifacher Wasserfall. Was geht denn hier ab? Das ist doch ein magischer Wald. So. Da ist irgendwas Rotes. Das gucke ich mir vielleicht mal gleich an. Erstmal will ich kurz den obere Teil noch erkunden. Der Vollständigkeit halber ist hier eine Höhle. Nein, ist hier nicht. Mir wurde ja schon geschrieben, dass ich schon ungefähr 50 Höhlen übersehen hätte. Aber das ist an sich nicht so weit dramatisch, muss ich sagen. Weil an Höhlenmangel zu diesem Spiel überhaupt nicht. Oder an Dungeons allgemein. Aber das heißt ja auch, ist auch ein Dungeons & Dragons Spiel. Wäre absurd, wenn es nicht der Fall ist. Ein Grizzly Bear. Ja. Okay. Grimmig weiter läuft. Weg. Und da hinten ist was? Magie. Achso, du bist noch nicht tot. Vielen Dank. 17 Punkte für den riesengroßen Grizzly Bear. Na okay, mach ich mal hin. Ich versuche mal nicht in dieses Netz hier reinzulaufen. Ach, muss ich gar nicht. Wunderbar. Dann stelle ich mir einfach mal hier hin. und singe ein dunkles Lied. Wunderbar. Und schon stelle ich im Netz. Der Unterkopf macht die ganze Zeit dieses komische Netz, nicht wahr? Jetzt stirb endlich. Vielen Dank. Und wir haben eine weitere Leiche hier. Die weiteres Gold mit sich bringt. Du hast wahrscheinlich deine Spinnendrüse da. Ja, hast du. Brauche ich nicht. Zumindest wüsste ich nicht wofür. So, so viele Wege bleiben mir nicht mehr übrig, die wir noch gehen könnten. Ja, hier drüben waren wir ja gerade erst. Okay. Magierkreis. Und ein Schreckensbär. Möge ich ihn bekommen. Möge ich ihn sehr bald bekommen sogar. Warte mal, ich kriege noch was hier hin und werde mal meine Leute ein bisschen buffen. Das ist ganz büff, äh, ganz, 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 ganz buff davon. Ganz verblüfft. Sehr schön. Beide Bären sind tot. Wir bekommen ein bisschen Erfahrung. Freut mich sehr. Ist das eine Höhle da hinten? Oder einfach nur... Ah, sie ist vergiftet oder so. Wer ist das Spinnen? Na gut, sie wird eh bald sterben. Wo geht's hier hin? Kalter Wald. Ach so, okay. Und eine weitere letzte Leiche in diesem Abschnitt. Etwas Gold. Okay. Ich gehe irgendwie davon aus, dass wir uns eher zum Magierkreis begeben sollten, als zum Kalten Wald erstmal. Den Kalten Wald gucken wir uns gleich an. Das ist wahrscheinlich das, was die Orks noch verteidigt haben. Äh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte... hier hin. Ähm... Aber im Magierkreis finden wir wohl die Schneekugel. Ich wage sehr stark zu bezweifeln, dass wir sie in den nächsten 2-3 Minuten finden, solange wir die Folge noch gehen wird. Aber, ähm... Okay, das klappt hervorragend. Ich bin genau da, wo ich vorher auch schon war. Könnte ich jetzt bitte eine Spinne haben? Vielen Dank. Nur drei Versuche. Man merkt klar, dass ich sehe, dass ich eine 20-prozentige Chance habe, einen Zauberpatser zu erleiden. Kultestenführer! Sehr, sehr schön. Ich singe ein schönes Lied für euch. Ich singe ein nicht so schönes Lied für euch. Das ist sozusagen der Hauptbeitrag, den ich überhaupt noch leiste hier. Meine Spinne ist tot. Ist aber nicht so geil. Ich hätte gerne eine neue. Sehr, sehr schön. Hat einer von euch irgendwas da gelassen? Ja, du, der Führer. Hat ein Kultisten Tagebuch, was wir uns doch gleich mal anlesen werden. Dies ist das Tagebuch eines Kultisten. Es beschreibt sich die Suche nach den Worten der Macht. Auszug. Allen rum der kommenden Königin der Alten. Heute musste ich mich mit einem Verräter in unseren Reihen befassen. Jerika ging neben mir, während ich die Möglichkeit eines erneuten Vorstoßes in dieses verfluchte Verlies in Erwägung zog. Sie nahm sich seltsam ruhig und in sich gekehrt. Plötzlich fragte sie mich, ob ich der Meinung sei, wer tat denn das Richtige? Ich fragte, was sie meine und sie entgegnete zögernd. Sie fragte sich, ob wir wirklich dem Alten dienen sollten. Der kalte Wald bekam Blut zu schmecken. Ich ließ sie entkleiden und zwischen zwei Bäumen anbinden. Mit eigener Hand peitschte ich sie, bis die Haut ihr in langen Streifen vom Rücken herabhing. Während ich sie ausgepeitschte, bettelte sie um Vergebung für ihre Zweifel. Ich hätte sie leben gelassen, aber dann schrie sie zu Ilmata und flehte um Erlösung. Während sie ihr Gebet murmelte, schnitt ich ihr das noch schlagende Herz heraus und verbrannte sie als Opfer an die Alten. Ah, du bist aber ein sehr freundlicher Mensch. Das ist eher so ein positiver Mensch gewesen, offenbar. Ein Topaz. Hier waren wahrscheinlich die beiden Bäume, an denen sie gefesselt wurde. Und wir müssen wohl da rüber. Das ist gar nicht so ein großer Abschnitt, offenbar. Und wir kämpfen gegen Wehrkatzen. In ihrer Breedgestalt kommen die selbstsüchtige und manipulative Ader der Wehrkatzen am besten zur Gehälterung. Viele spielen mit ihrer Beute oder versklaven sie oder treiben sie so auf den Wahnsinn. Das ist ja toll. Naja, ihr werdet trotzdem alle sterben, allein weil Grimmigbeißer da ist. Wunderbar. Habt ihr irgendwas übrig gelassen? Vielleicht ein Wehrwollknäuel oder sowas? Und weitere Leichen säumen unseren Weg. Ausnahmsweise war nicht von uns gemacht. Was haben wir hier denn? Ein Kurzschwert plus 1. Vielen Dank. Okay, und hier? Etwas Geld. Guck mal, hier hat auch eine Werkheatze was liegen lassen. Boah, dass ich das denn bitte stecken. Ein Grünstein. Okay. Nicht mal so hin. Ich geh mal weiter. Wir sind so ein bisschen am Rand lang. Und da hinten sind weitere Wehrkatzen offenbar. Warte mal. Kann ich vielleicht eine Gräuschexplosion mit einer Gräuschexplosion den Kampf einleiten? Ich kann. Ich kann. Und dann springt ein kleiner zwergischer Mönch an den Empor und tötet alle Werkheatzen. Hallo. Ich schau mal kurz ab hier. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein, dass ich mir ja die Hände schmutzig mache an euch. So. Und wieder sind ein paar Leute tot. Und wieder habe ich ein paar Überreste. Mittelschwere Mönch. Nein. Wieso habe ich die jetzt gerade mitgenommen? Und weitere Wehrkatzen. Natürlich. Ach guck mal. So eine Art Portal hier, oder was? Vielleicht kann ich es mal schaffen, meine Leute noch zu buffen, bevor sie weglaufen. Komm, 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 komm. Wunderbar. Obwohl meine Spinne eh bald gestorben ist. Ist hier irgendwas Schwieres dabei? Scheint nicht so. Das sind einfach nur normale Wehrkatzen. Komm mal raus, Wehrkatze. Wunderbar. Danke für dein Geld, Wehrkatze. Und ich würde mir ganz gerne mal die Leichen jetzt zur Gemüte führen, bevor ich hier mich in diesen Kreis begebe. 130 Gold. Geil. Und hier. Etwas ausdauern. Naja, warum nicht? Ich speichere nochmal und wir gucken uns kurz mal den restlichen Wald an, bevor wir uns in die Mitte begeben. Ich gehe mal an, das hier ist das Kernstück. Ich soll wahrscheinlich mit Sicherheit hier hin. Wahrscheinlich mit Sicherheit. Ich spreche... Ich habe selten wahrere Worte gesprochen, nicht wahr? Ähm... Eine weitere Leiche. Mit ein paar Klunkern. Alexandrit und Saphir. Vielen Dank. Ich werde kurz mal eine neue Spinne holen. Muss nicht unbedingt sein. Obwohl ich... Riege mich einfach mal hier. Hol mir eine neue Spinne und gehe dann mal hier in dieses Portal rein und schaue mal, was sich dann hier so alles befindet. Und ich sehe aber schon, dass ich das alles eher für die nächste Folge aufheben muss. Lass uns trotzdem mal kurz hier reintreten. Es sei natürlich ein einzelner Raum. Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein. Okay. Das heißt also vorhin ist, ich werde in der nächsten Folge, das heißt nächstes Wochenende, werde ich dieses, äh, dieses, äh, Gewölbe hier erkunden. Werde hoffentlich die Schneekugel finden. Werde diese zur, äh, Dame zurückbringen, zur Archäologin. Werde mir aber, wenn ich schon dabei bin, bevor ich die natürlich zurückbringe, werde ich den restlichen kalten Wald erkunden und schaue, ob ich noch ein Wort der Macht finde. Und am wahrscheinlich zweiten Tag, äh, ich schätze ich mal länger wird das, also, sonst wird das etwas zu lange dauern. Also ich, ich gehe davon aus, dass der kalte Wald ein bisschen dauern wird. Ich schätze mal am zweiten Tag, das heißt am Sonntag, werde ich mich mal um diese Gerichtsverhandlung kümmern. Ich hoffe, ich werde mich noch daran erinnern, wenn ich das alles in den nächsten, äh, Tagen so alles aufnehme in den nächsten Wochen. Also, bis dann, dann, tschau, tschüss.